Sprengmittel entschärfen, Bereich erobern, Flugabwehrposition aktivieren. Sprengmittel entschärfen, wenn wir uns verklicken, geht das Ding hoch, sage ich dir. Ja, das ist ein guter Kabel. Es gibt nur rote Kabel, die sind alle blau. Ach ja, ich bin farbenblickend. Oh, das ist nicht. Wie jeden Tag im Parlament. Ah, jetzt habe ich mal was anderes, nice. Haltst du von uns erschlagen werden? Ich glaube, ja. Okay, ich habe das SMP. Ah ja. Lass mal aus Süden gehen. Oh, ich habe die Schrotflinde. Süden? Ich habe extra beim Sprengmittel gestartet. Ich muss in vorn bleiben. Diese Bugs überleben, keine Minute. Ach, natürlich holt er seinen Mech. Hatt ich dir auch wünscht. Nein. Nein, geh weg. Doch, kannst du. Huch, ich war ja vorhin auftreten. Huch, Vorsicht, du kannst André überrennen. Links oben. Weg. Hier, ich helfe dir auf. Ist das so weh? Ist das so weh? Keine Ahnung, was das ist. Ist das ein Mechner-Shop-Gerät? Geil. 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 Mach's ich nicht. Oh, gut. Weg da. Weg um. Ich helfe dir auf, ich helfe dir auf. Ja, ich habe dich vielleicht. Ich bin gleich. Wenn wir den Bereich haben, müssten wir jetzt nach Südwesten. Sky geht weit weg. Ja. Halte du Abstand zu ihm. Sky muss sich darauf konzentrieren, uns auf unser Leben zu retten. Oh, der ist zu, äh, zu zerquetschen. Du bist unser Fadenschwenker, ja. Ja, jawoll. Ich guck, ich bin nicht einfach nach hinten ab. Ja, genau, genau, genau. Ja, rett dich soweit jetzt. Ich bin der Fahrzeuge oder was? Ja, ja. Ich möchte aber nicht, dass er in meiner Rehe ist. Da, so. Ich habe Aktivitäten im Nordosten. Vorsichtig. Du bist schon. Komm, vielleicht kann ich zu uns. Gehen keinen? Ja, klar. Wir haben sonst keine Sicht ohne dich. Ach ja, schau. Hier ist kein Platz für die Größen. Na? Ja, ich wäre so auf den Fuß getreten. Da. Auf den kleinen Zeh. Achso, ja, ich glaube, jetzt brauchst du deine Minensuche und musst hier, ach nee, oder? Oder wie ist das? Wir müssen hier irgendwas schärfen. Such mal. Oh, ja. Kürz den Sucher. Halt, halt es mal auf mich. Oh, 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 oh. Das ist mein Imteamspruch. Okay. Oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier. Verfick dich. Hast du gerade deinen Kopf da drauf gehauen? Okay. Noch mehr, oh, oh. Oh, oh. Er hat gedrückt. Achso, gedrückt. Du musst jetzt die Dinger drücken. Ja, ja, ja. Boah. Oh, oh. Gibt es hier noch mehr? Ja, komm, komm, komm mal hin. Oh, so gut ich ist auch. Oh, oh. Oh Mann, ich such doch gerade die ganzen scheiß Minen. Hau ab mit dem Bistviel. Ich wusste nicht. Ach, das ist okay, gut. Ich dachte, man kann damit ranziehen. Nee. Ah, ich bestütze dich noch. Alles safe, alles safe. Ich mach dir auch keinen Druck. Okay, haben wir da. Wunderbar, cool, cool, cool. Ich stelle die Super-Fair-Dinger an. Yo, Not-Ost. Mal gucken nach so einem goldenen Ding. Ja, ja. Da, perfekt. Alter. Das ist Proben, Näschen. Kann ich da halt auch sprinten? Ah, schnuppert die Probe. Das ist auch eine Probe. Ah, siehste. Da hat es wieder zugeschlagen, Näschen. Ich wünschte, ich hätte so ein Soundboard, wo ich so eine Dreadnought-Stimme machen kann. Ja, weil... Dreadnought-Stimme? Oh, das ist Vorhammer. Achso. Was ist mit dir? Was machst du? Achso, du fahrst was an. Ja. Ups. Ich bin mal kurz auf die Pause. Achso, ich muss mal nachladen. Ja, ja, da kommt gleich Moni. Nee, nee, ich musste allgemein mal nachladen. Ich war das gerade nicht mehr gewohnt, Munition zu haben. Hast du ihm auch so ein Leser? Ja. Wie hündet das? Der Bug! So, halbes Magazin weggeschmissen, ich will nur hier nehmen. Ich bin gerade zufrieden mit dem erzeugen kann. Ja, ich habe diesmal nicht gern gesehen. Fältet ihr alle! Oh, ja, da. Ich bin ein bisschen nach rechts. Freiheit! Wir müssen noch nicht hin. Oh, ich bin, glaube ich, gerade über die Brüder gereicht. Ja, hier ist der Escape-Platz. Wir müssen ja weiter. Freiheit! Freiheit! Ich bin gerade zufrieden mit dem er sich hat. Ich auch gerade. Ich habe halt Angst, dass ihr euch zerbräst, die ganze Zeit. Oh, Entschuldigung. Ich habe dir in den Arsch geschossen. Ich liege immer alles hinterher, die Kuh. Alles klar. Halt. Hilfe! Hilfe! Herrgott! Ja. 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 Ich schl- Die, die jetzt Hülsen, die da liegen. Äh. Achso, ich dachte, du bist tot. Nein, 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 nein. Ich schlag nur. Ich, äh, ich hatte auch keine Angst oder so. Kannst du mir evakuieren, ne? Alles klar. Oh, ich bin vollgt. Das ist ein Granate. Ja, ja. Zumindest ein Granate. Ah, okay. Rückzug. Rückzug. Ich necke den Rückzug. Jawohl. Geil. Boah, hier ist alles verloren. Wir müssen diesen Planeten aufgeben. Fuck. Evakuierung bestätigt. Schade. Das war eine Minute dreißig. Dann sind wir hier raus, Leute. Oh, okay. Ja, okay. Oh, ok. Ich muss nachladen. Es ist wie uns nein. Was hat die da unten? Ne, geh nicht hin. Oh, shit. Äh, ich hab dich vielleicht gerade getroffen. Auch ja. Wir wissen, wie man... du rufst. Drück her. Der Tech-Breeze-Wood. Ungefähr bin ich irgendwie. Ich lerne, wie sie gründen. Wir sind immer random. Das nervt ein bisschen. Ach so? Wer muss da aufhören, random zu klingen? Das sind nicht immer die gleichen Symbole. Wir halten nur die Pfeiltasten, aber ist immer in einer anderen Ordnung. Oh, oh, 3-4 Sekunden. Keine Ahnung. Du bist sicher, weil... Ich hab ihn jetzt gewogen. Du musst ihn noch werfen, ne? Der eine Abstandsschreie bei mir ist im Mob. Einmal eigentlich gekonnt. Lobi, du hast das Ding noch in der Hand zum Werfen. Naja, wir gräbeln ich hab voll vergessen. Nicht schlimm, ich schreibe. Hint vor! Xenos! 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 Xenos verlichtet! Aaaaah! Man kann die Dinger ja auch eigentlich gut nutzen. Fuck, das ist ein Glück. Jooo! Zu viel dazu! Oh, ich glaub, dass die nicht fällt. Ich glaub, dass die nicht fällt. Wuuu! Ich bin drin. Ich bin tot. Ahhhh! 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 Gut, die Föderation. Ahhhh! Gut! Erinnert uns... Erinnert euch an unsere Namen. Ahhhh! Niemals! Ahhhh! Ahhhh! Oh, ich hab nur einen Stern... Der ist an. Bis zum nächsten Mal.